wir wollen mal schauen das bild dort hier ich feiere das spiel was so geil richtig war nicht die kugel ist geil okay würde ich nur die schränke auch für mittelsanfter abgang netten sicherheitsgeschirr der gott fürs klo okay wie war das jetzt schwierigkeitsgrad drei kartmans thron so ne fokussiere deine kraft das ist sehr kompliziert also verkehrt um gemacht ich bin auch bescheuert abschütteln ok das war nicht gut immer normal das am anfang verkehrt um gemacht das hähnchen in der schüssel bio gefahren ich kann es gerade drei so wie fokussieren wieder so wenig super abschütteln oder ausschütteln mehr gut hinter dem seiten steckt bio gefahr gut gerade was haben wir denn hier schönes handbuch vorarbeiten ja das ist verstehe warum das der link ist berg hengst auch stöpsel bitte nicht oder kein karten das ist einfach so geil diese anspielungen überall wieso kommen zum jahr der 100 pro den poten gesprungene objekte zu schlagen hat man das tagebuch schauen wir gleich rein und wenn wir was finden auch die ich habe vergessen diese heißen die klären menschen sind nicht mehr da ein war alle tot was ist für computer einschalten wer ist der kuh lauter kuhn franchise zeug ersatz krallen gibt es da unten sehe ich da oben ist der zaubererhut na gut was ist das hier das ist die törner was ist das daneben jahre zu ach das ist eine zeitmaschine ach so so cartmans journal kann man denn da schönes ok ok ja werden uns alle an die folge auf der linken seite christmas list ideas das ist eine drohne die ist hier das ist ein gs hier und dann hoover board eine scheißliste kyle mom klyde david pc principal ja ach guck schon was sind denn das für bilder ja er wird zum philip live hat das butterfick keils mutter ja kyle fick keil ja ok ja ja hm 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 ja es kurz was gut verstecken wichtiger gegenstand tauli hauli hauli könntest du sogar recht haben die man tauli da haben wir denn hier oben noch was war schon hier was was war das zum anderen mutter ja 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 irgendjemand hat anschein klar vor meine tür gekippt Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikasee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen sie das? Oh mein Gott. Ihr Alter, so dämlich. Erzähl doch was. Hey, ich hab das geguckt. Und dann macht die immer wieder an. Hey, ich hab das geguckt. Hey, ich hab das geguckt. Haha, so geil einfach. Es ist so geil, so. Okay, wie war das Fakt? Achso, und Fick dich, Mom, steht da. Äh, äh, Fick. Dich, kack. Nein, no. Okay, äh, Fick. Dich, Mom. So, Angabe. Ja. 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 Wir müssen uns aufteilen. Moskito, schwirr los und such die Fettparts ab. Äh, alles klar. Moskito, schwirr. Die Küsteübel. Oh, ich feier's einfach. Und du checkst die Uli-Supercrake. Oh, stoppa, Craig. Blitzfreak geplatzt mit einer übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagt ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhl. Verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein, wie der... Blitzt. Ja. Ja. Oh, mein Gott. So, was haben wir denn hier alles geiles? Kuhl. 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 5 Dollar. top bad guys professor chaos müsste gern wissen und wie heißt da ich hab den den namen von phantom ist der phantom wenn scheißplan kuno wischen ja okay das ist doch über das mit mir bombe die ganze straße in die luft jagen der neue will mit den würfeln der totalen vernichtung genau das wäre das ende der galaxie ich hab dir schon gesagt du kannst nicht mitspielen du bist kein superheld du hast kein kostüm und keine superkräfte okay du kannst zuschauen die der superhelden spielen so lange du nicht störst mach dich nützlich und hol mir das die gerät da drüben ich will den wirst untersuchungsmodus um in der sanio projekte auszuschauen halte lt gedrückt du findest echt das die gerät nicht superhelden benutzen den untersuchungsmodus wie kann ich jetzt und was der führer sie gerät wichtiger gegenstand ok was jeden eigentlich wenn ich Doch ein Mal und wir sind alle tot. Kacke, hör auf. Ey, du sollst nicht damit rumspielen. Entschuldige bitte, Kartenmann. Entschuldige. Das hat ja ewig gedauert. Da fahren wir Siegerät aktiv. Bip, bip, bip. Du willst also ein Superheld werden? Mit den großen Spielen? Ja. Na mal sehen, vielleicht könntest du nützlich werden. Setz dich an den Tisch, Saftsack. Was haben wir denn hier über Moskino? Oh Mann, ist das überhaupt Menschensprache? Okay, um Superheld zu spielen? Du brauchst ne Superheldenpersönlichkeit. Dann kannst du deinen Charakterbogen auf Coolstagram ausfüllen. Hast du nen Coolstagram-Account? Ja, nein. Oh, du bist noch nicht mal auf Coolstagram. Okay, ich kann ein Profil für dich erstellen. Einfach nicht zu fassen. Als erstes brauchst du eine Klasse in deinem Profil. Also, welche Art Superheld du bist. Weil du neu hier bist, stehen erst mal nur drei zur Auswahl. Brutalisten, Speedstar. Okay, der Speedstar, für den Speedstar sind die Naturgesetze nicht mehr als richtigen. Er kann die Raumzeit kümmern und so die Gerechtigkeit auf die Sprünge helfen. Aber da oben sehen wir auch die Angriffe, aber wir sehen nicht, was die Verwärter haben. Brutalist? Das ist ein Nacken, weil der sich auf Verletzungen durch Fäuste spezialisiert hat und Gegner gerne mal fast in... Was? Ja, 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 komm, gerne mal fast in ein Naas Erdobit befördert zu. Das ist so. Schau nicht einfach nur zu, wie... Was wie Welt in Flammen aufgeht? Was schauen nicht einfach nur zu, wie Welt in Flammen aufgeht? Als Blaster kannst du aktiv dazu beitragen. Die stärken... Ja, die Entschuldigung. Die stärken kämpfen können auf jeden Fall austeilen. austeilen hmmm 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 was nehmen wir denn weiss nicht ob wir das später noch wechseln können entschuldige mit dem kopfmann entschuldige wir nehmen wir den Blaster Blaster mit Kräften mit großer Reichweite die Cyclops ah ok jetzt können wir auch die die Angriffe sehen ja was von die anderen hmmm er kann nicht wirklich weit er muss immer direkt vom Gegner stehen ja entschuldigung ich verstehe die mittlere äh die zweite attacke nicht was mit dem gelben auf sich hat aber ich glaube ich bleib beim Blaster ja ja ok saftsack aber jetzt müssen wir herausfinden welches schlimme Erlebnis dich antreibt weißt du alle Superhelden haben eine ergreifende Geschichte durch die ihre Kräfte eine Bedeutung erhalten wo zum Beispiel die Nase zurück du lagst hellbar an deinem Bett wie auch so viele andere Nächte weil du wusstest dass du anders als der Rest bist du bist zum Spiegel gegangen du gingst zum Spiegel da drüben der Spiegel ja ja entschuldigung würde gerade nur darf ich mir nicht mal kurz die Nase putzen einfach ok geh einfach da drüben nein nicht da einfach da drüben da drüben weil er hat trotzdem Bart wie geil einfach oh mein Gott na hier schon vorbei zum Spiegel ansehen einsam in den Spiegel geschaut und da ist es passiert ein lautes Geräusch du warst dir sicher dass deine Mutter um Hilfe ruft du bist nach außen du bist nach außen dein Schlafzimmer führten in der hinteren standen zwei Einbrecher du musstest sie aufhalten damit sie ihm nichts antun und da musstest du deine Blasterkräfte benutzen als Blaster fingst du an zu überhitzen als das Feuer in deinem Bauch aufloderte du zögertest nicht den Schumpen die Hölle heiß zu machen die anderen Angriffe sind gesperrt die anderen Angriffe sind ok also können wir nur mit X den machen das Trio aus Feuerkuchen die Verbrennung verursacht wir bleiben mal hier stehen wir bleiben mal hier stehen sonst hab ich nicht aufgepasst nein achso 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 okay die stehen dann praktisch ein zweiter innen und das 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 lokal her achso das das der alles aber du kannst um auch das Name Prozent Prozent nicht mehr Plasmus Treue trifft alle Fallen in einer Reihe jaja ja und der extra hässliche ultimativen kraft bereit ja die harmesse gezeigt du warst schwer verletzt aber die schläge des einbringlings entfachten nur das Feuer in dir der todesfurtz verursacht ekel und verbrennung wo kommt er raus und so hast du sie besiegt alles schien in ordnung aber dann kamst du zur tür deiner eltern was sie dann saßt veränderte dein leben und machte dich dazu verbrechen zu bekämpfen du kamst zu spät augen scharf freigeschalten fach hier und ist doch nein dieses schwein was für eine vorgeschichte du bekämpfst verbrechen weil du den anblick nicht vergessen kannst wie dein vater der mann dem du vertraut hast deine mann fickt und das ist das große trauma deines lebens so ein schwein ich will dass du in die stadt gehst und so viele instagram follower sammels wie du kannst so kann unser franchise überleben ok kostüme installiert instagram installiert gute arbeit neuer irgendwas mit you play pumpen charakterbogen installiert alle neuer ich bin jesus du hast ja also ein sie ist ein paar skulden sehr gut ich habe ein paar kohle das war es wird aber so viele follower wie möglich vielleicht darfst du dann mitspielen ja okay das tun wir man nicht irgendwo ah cool ich bin ich würde mir mal über du hast ja also ein sieben was gut zeigt und ich habe aber cooles ab und dann das spielzeug ist es in der spielzeuge getan armen und folgt ein momentan kuchen ach so brauchst gegenstände was gut für kuchen versteckt ein tuch es ist echt gut dass ein Prozent ein in einer Welt so voll Dreck und abschauen kann man nicht sagen wann man ein 600 Fäden starkes Handtuch aus handgewebte ägyptischer Baumwolle braucht da recht ihr habt keine Ahnung wann ich dann brauchen soll okay zumal einstellungen Galerie dieses Service und seine Galerien zu trinken hintergrund die Landschaft und Texturen das lassen wir mal Mod von Farbe ach so mal so nicht 8 geilen könnte dreckig machen oder auch und Punkt was hat sie mal was so wird ja auch die Kostüme ach hier können uns jetzt wieder ja ja wie im ersten Teil praktisch du hast dann Klamotten finden und sowas was verdient ihr Titel um deine Kälterpunkte weiter auszufüllen außerdem erhält zu dafür EP und der Kuhn legt ja eine Belohnung die Spitze Kiste in deinem Schlafzimmer okay sehr geil das ist praktisch ähm das ist das Gildbaum macht Quelle Arsch es gibt dann also auch ein Kryptonit eine ökonomische Stufe Rätselmeister löst 20 Rätsel erste Freischaltung Artefakt Platz ich weiß noch nicht was wir hier tun können wir können nichts umschalten also gehen wir erstmal wieder raus so wir sollen Follower sammeln haben wir eigentlich irgendwo ein Quest Best Lock ne ähm Missionsgegenstände müssen doch eigentlich irgendwo Quest Lock haben oder oder ist das ja schon das Quest Lock löst 20 Rätsel und äh unterschiedliche Artefakte eigentlich soll wir doch Follower sammeln was einkaufen ein ja P event okay bitte eine schöne Felsenanzug mach fünf Anzug tja Werte dazu wir haben eh kein geld gerade das jettliche versteckte ja 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 hätte aus elfen wir lassen das mal auf jeden fall wieder ok leute lasst es mich wissen wenn ihr da draußen eine spur von scrambus findet das ist super duper wichtig die helfe der bürgermeister haben gesagt sie hat zu viel zu tun um sich eine Katze zu tun und immer leid nein diese Bits aber vor allem die Leute übrigens selbst mit ihr zu machen haltet die dritte Leute finden mit denen du selbst machen kannst um die leuten die in Kronen politisch haben kann zu selbst machen wir wollen auch wenn sie fragen gehen und drücken die rb sind die lava weggekehrt oh ein Selfie davon habe ich mal gehört ok naja voller mrs frankie ja genau öffnet kurzer kam um dir deine Fertig anzusehen um ist es so vorliegen ist jetzt ein Follower nur Personen die du auf dein Service siehst werden drücken um die die Person anzusehen den ein guter Kampf und automatisch eine von uns alle mehr von um deine Händen anzusehen und tollen und Raccoon so crime is out of control in our town kundin friends are this city only all right now you need to go out into the town and do superhero stuff you know help people and fight crime and dumb shit like that well how's the character sheet having do not give me those sad puppy eyes you are not going to have three classes so you know what I'm going to do with all the rest go to Paris and get a penile enhancement and fuck bridge jacks super Craig hehehehe